Intro Moin moin und hallo zu einer weiteren Folge Let's play mit DLC Quest Wir spielen jetzt DLC Quest Live Freemian or Die Und das ist quasi eine größere Kampagne als die, die wir vorher haben, soweit ich das zumindest gesehen habe Und wir können schon von Anfang an springen, wir haben Animation, wir haben Musik und wir können laufen Der Doppelsprung fehlt uns weiterhin Mister, Mister, you have to help us What's the premise? I mean, what's the problem? Something has been attacking the villages in the night, come on follow me Let's do this Nein, warte, slow down Nooooooo How many must die to teach me gamegenics? Ja, so wir rennen erstmal hier nochmal Ja, okay, hier unten ist nichts mehr, dann rennen wir erstmal weiter Nein, right, wieso? Kommen wir hier hoch? Ne, hier kommen wir nicht hoch Ah, guck mal hier Neue DLC Pack Available Particles Pack Scheiße, da kommen wir nicht hoch Kommen wir hier hoch, okay Yay Nyeh Huieh Nein So, jetzt sind wir hier drüben Nein, der ist hier gestorben Hier lies Shepard 1942-2013 Keeper of sheep, defender of the flock First to go missing at the hands of the creatures Hier lies the villager John Don't know when he was born He lived up to 2013 Killed by the creatures, real talk, he wasn't paying attention Here lies villager Ryan, tried to fight the creatures, dried from dump damage Well, you get the idea, a lot of villagers have been killed recently Ja, okay, sehr viele sind gestorben Weniger haben überlebt Ladebildchen Huieh New DLC Pack Available Day 1 Patch Pack Und was ist das hier? Kann man das benutzen? Ne Ach, das ist ein Checkpoint New DLC Pack Available Checkpoint Pack So, hier geht es wohl nicht weiter Dann gehen wir mal in die andere Richtung Hey, hey Wo? Hi Hi Player Here to save the day again Well, you know the rule Buy some DLC Ja, wir haben schon 28 Coins Das heißt, wir können ein Checkpoint Pack kaufen Wir können ein Day 1 Patch Pack kaufen Wir können ein Particles Pack kaufen Yeah Jetzt werden wir erstmal zum Checkpoint rennen Yeah Hui So, wo geht es hier hin? Da kommen wir noch nicht hoch Hi Das heißt, wir können uns auf den Weg gehen Despite the great danger Our villain has been I cannot let you pass Until you talk to our major Das ist absurd Just let me pass So I can find those monsters No can do And don't think of trying to jump over me Because it won't work Even though It definitely looks like you should But you can't Verdammt, das Recht Da kommen wir immer noch nicht hoch Nee Dann gehen wir erstmal hier hoch Was ist hier? Hi It's dangerous to go alone Take this Take what? You didn't give me anything Oh, I was just telling a joke I'm Lamp, the town comedian Ja, sehr witzig That's not a joke You're just repeating things you heard And calling them jokes It gets a laugh like A third of the time though Ja Sehr lustig Ich lach mich tot Oh, wer bist du denn? Hi, I'm the town historian And I take the chances Jobs gotten a bit easier With all the mysterious murders Uh Hey, silver lining right By the way Did you know 75% of the townspeople are from the UK? And 75% or more of this game takes place in the UK That's a really weird thing to point out It's fraud tax purposes Ja Sehr schön Okay, jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen Anderauf! Bäh Können wir hier irgendwie rein? Nee Der sieht aus wie der Major I am the elder of this village Good I was looking for the one in charge Oh, I'm not in charge But you're the village elder That's how it always works I'm incredible, Zineal They don't even let me time on shows Uh, uh, I, uh How did I get here? Okay, that's enough I'm leaving Ja, sehr schön Ah, das ist dann der Major I'm the middle-aged man of the village I have experience yet And still capable So I'm the one in charge That makes a lot of sense Ja Can you tell me what's going on here? I heard your village was in danger Yes, well, no I mean, yes, the village is in danger But you know, I can't tell you Why not? I need you to retrieve something For my first people I can tell you What? Your village is in danger Why are you relaying? A little lady cannot explain How important this package is Find it in a cave east of here Ja, dann machen wir uns auf den Osten Auf den Weg zum In den Osten Auf den Weg zum Osten, ja Ähm Ja, das war wahrscheinlich hier der Typ Und dann hi Sorry about getting in your way earlier Just doing my job Ja, halt's Maul Na, hier kommen wir wieder nicht durch Hier kommen wir auch wieder nicht durch Ja Hier kommen wir durch Hey Incredible important pack Ja, das ist wahrscheinlich dieses Paket, was er meinte, was sehr wichtig ist, weil sonst wäre es ja nicht incredible important, sonst wäre es ja einfach nur normal important, ne? Nah Mmh 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 Hi You found my important package Now you must purchase it from the job keep Please hurry Alles klar Mmh Hi player Here to save the day again Well, you know the real item, do you see ya? Important pack The incredible importance of this pack Cannot even be stated without first purchasing this pack There are no refunds for this item Ja, gekauft Incredible important pack So, dann quatschen wir erstmal wieder mit dem Major Also mit dem Bürgermeister Mit dem Major Ja 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 Hi Ah yes, much better Now I can warn you about the incredible danger Wait, what was that whole important package thing about? Why the color text of course How could I describe something so important without the necessary colors? Uh, was? I would Yeah Get on with it There is a dangerous creature living in the feet of our village It has taken many of our villages which is constantly explained why there are so few of us here I don't know how it scales the cliffs east of here You will have to find a way Take the sword It will allow you to cut the vine that block the caves and the village Weins sind doch gut Das sind lustige kleine Kurzvideos Hopefully you can find someone, uh, clues down there Ja Ja Ich glaube, der will uns töten Sport Everyone gets the spot Ne, ne, ne Hi Hast du neuen DLC? Nein, hast du nicht Dann gehen wir erstmal nach Westen Denn im Westen waren ja bekanntlich schon vorhin ein paar Vines Ja Yeah Cave Zone Jump against Ey Was steht da? Ja, Wall Jump back haben wir jetzt Juhu Jump against the wall, then jump again If you have the DLC, of course Ja, dann gehen wir natürlich wieder zurück und kaufen das DLC Villager Zone Äh, Village Zone Villager Zone I play you da la la bla 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 Nein, wir können uns das nicht leisten 35, wir brauchen noch 10 Münzen Oh Was, wenn wir hier runter springen? Je Nein Jetzt haben wir 35 Oh Wir sind gestorben Egal, jetzt können wir dieses DLC kaufen Je Checkpoint trocken Je Nee, 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 nee Ich will natürlich auch so viele Münzen wie möglich mitnehmen You got it, no problem sincerely, Game Designer Dark Zone Okay Wo ist das hier? Sind das Bäume oder was? Aber die Musik hat sich geändert Das ist eine sehr gute Frage Ja, das ist eine sehr gute Frage Oh Checkpoint Und Alarm Please add zone name Okay, dann gehen wir erstmal zurück in die dunkle Höhle hier Und springen hier hoch Yeah 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 Es läuft ja super hier Was ist hier oben? Irgendwie nix Aber wir können auch zumindest freigehen Abogado Hill Zone Ah, guck mal, hier sind wir jetzt Am Anfang wieder Ja Ja Cool So, jetzt gehen wir erstmal durch hier Weiter in den Westen Alan, please add world Vielleicht ist sie oben was? Ne Natürlich nicht Schade Gut, dann rennen wir wieder den Weg zurück Ja, Alan Ein sehr, sehr schlechter Job, den du hier gemacht hast Seht es hier was? Ne Hier ist auch nix Ne Schade Er hätte ja sein können Boah, wir haben jetzt aber ganz schön viele Münzen hier schon am Start. Kalter Schwede. Okay. Hui. Alter Schilde, ernsthaft? Erst mal hier oben gucken. Ah, guck mal. Uah. So, und von hier komme ich da natürlich nicht hin. Das heißt, wir müssen jetzt runter. Glaube ich. Das war so klar. Na gut, äh, hier. Nein, nicht da. Hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Uah. Okay. Boah. Okay, der Walljump ist manchmal richtig scheiße. Checkpoint. Erst mal hier oben. Ah, da oben geht's auch nochmal rein, aber wir holen erst mal hier. Health-Power-Pack. Yeah. Uah. Zack. Wie ein echter Profi. So. Zack, zack. Power-Locks-Pack. Ich will gar nicht wissen, wo wir hier oben rauskommen. Ah, dann gehen wir erst mal wieder unten gucken. Hui. Hier ist auch nix. Was ist hier? Da kommen wir nicht durch. Was ist hier? Hi, I'm Groove. I used to be big into mint mining. I guess that explains why you're down here. Oh, I don't mind anymore. Now I'm back into space. Lasers. Huh? Pew, pew. Yeah. Yeah. A packaxe hacked on wall. It would probably take care of those nearby rocks. I can't just take it though. That would be rude. Maybe later. Äh, ja. Können wir immer noch nicht nehmen. So ein Scheiß. Aber müssen wir uns merken, dass wir hier runter können. Und hier noch irgendwas ist, was wir holen können. So, jetzt gehen wir erst mal hier. Hui. Hui. Flup, flup. Ah, guck mal. Jetzt sind wir hier in der Village Zone. Jump against the wall, then jump again. If you have the DLC, of course. You got it. No problems in this game. Blah, blah, blah. Ja. Ist hier doch was? Nein, hier ist nichts. Outskirts Zone. Turn back. Great danger ahead. Davon lassen wir uns natürlich nicht chocken. Oh nein. Player. Oh, war das der Chepard? Ich dachte, er ist tot. I heard the creatures got you. I thought you were dead. Oh, no, 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 no. Quite the opposite, boy. Wait. You're behind all the disappearances? A long time ago, perhaps in a different game, you killed my sheep. Nein. I asked you not to harm them. I even made a sign. Now you and everyone else will pay for the price. Prepare to die in the hands of zombie sheep. Well, the hooves of zombie sheep, anyway. And if you kill the sheep, they'll just come back. Aren't zombies great? Okay, enough, Chit-Shit. Time to die. You motherfuckers. Player. Alter, was haben wir jetzt für ein DLC bekommen? Ich geh erstmal zurück hier. Das ist ja wohl die Höhe. Und Tiefe. Haha. Bäh. Und was sagt der jetzt? Ja, sorry. Blablabla. Okay. Yee. 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 Hi. Hi, Player. Are you there? Yeah. So. How's my pack? Every hue needs a hardy dose of HP. A little UI wouldn't hurt either. Say what you've been missing. There are no refund for the items. So. Diehard graphic fans rejoice. Parallax crawling moves in background layers. Yes. For subtle depth effect. It's subtle. There are no refunds for the item. Harmless plants pack. Plants. What possible use could these have? We're really scrapping the bottom of the barrel here. Harmless plants. Yeah. Yeah. Da komm ich immer noch nicht hoch. Vielleicht wenn ich hier... Nee. Yee. Ich weiß nicht mal, ob das so gedacht war, dass wir hier so auf diesen Weg hochkommen. So. Gehen wir erstmal zum Major und verpetzen erstmal den Shepard. Weil das geht ja mal gar nicht. Und bevor wir das tun, machen wir eine Aufnahmepause und das heißt wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. forcing martf. șesク. På zurück. igernos. Was. Oh. Was. Wof. Das.